Herzlich Willkommen zum Video-Tutorial von JTL Software. Im Folgenden werde ich Ihnen zeigen, wie Sie mit der Ameise einen einfachen Artikelimport durchführen können. Hier erstmal unser Warenbestand vor dem Import. Wie Sie sehen können, gibt es nur eine Kategorie mit zwei Artikeln. Dies werden wir durch den Import ändern. Wir starten die Ameise neben mir in der Wavi oben links auf JTL Wavi klicken und dann JTL Ameise auswählen. Bitte beachten Sie, dass Sie vor dem Arbeiten mit der Ameise immer ein Backup der Datenbank machen sollten. Hier können wir zwischen X und Import auswählen. Wir wählen Import. Hier können wir auswählen, was wir importieren möchten. In unserem Fall möchten wir Artikeldaten importieren. Dafür müssen wir nun als erstes die Datei auswählen, die wir importieren möchten und nach der Auswahl der Datei dann auf Datei laden klicken. Schauen wir uns den Aufbau einer CSV-Datei etwas genauer an und öffnen diese mal mit einem einfachen Editor. CSV-Dateien sind tabellarisch strukturiert. Wir sehen, dass die erste Zeile in der Datei die Bezeichnung für die einzelnen Spalten hat. Deshalb haben wir in der Ameise auch den Haken bei Kopfzeile enthalten gesetzt. Wir sehen auch, dass die Artikelnummer, Bezeichnung und alle anderen zu importierenden Daten sich jeweils in einer Zeile befinden und durch Semikolons getrennt werden. Wir können uns in der Ameise diesen sogenannten Spaltenbegrenzer aussuchen und die Ameise erkennt dann anhand eines Semikolons, dass eine neue Spalte anfängt. Die Anführungszeichen zwischen den Semikolons sind sogenannte Quotezeichen, denn es könnte ja vorkommen, dass ein Semikolon auch mal in einer Artikelnummer oder einer Artikelbeschreibung vorkommt. Jetzt weisen wir den Spalten in der Datei die Felder in der WAVI zu. Standardmäßig müssen wir eine Artikelnummer, einen Artikelnamen und eine Kategorie zuweisen. Zugewiesene Spalten erkennen wir am gelben Hintergrund in der Vorschau. Wir können festlegen, ob Artikel mit Lagerbestand verwaltet werden sollen und wie hoch dieser Bestand dann gegebenenfalls ist. Hier könnten wir auch von vorhandenen Artikeln den Lagerbestand aktualisieren. Zu guter Letzt weisen wir den Artikeln noch die Kategorien zu, in denen sie angelegt werden sollen. In unserem Fall werden die Kategorien dann auch direkt mit neu angelegt. Artikelnummern spielen beim Import mit der Ameise eine besondere Rolle. Sie sind das sogenannte Identifikationsfeld. Die Ameise muss die Daten in den Spalten ja anhand irgendeines eindeutigen Merkmals zuweisen können. Man kann die Zuweisung auch anhand anderer Merkmale, wie zum Beispiel der Herstellerartikelnummer oder des Namens machen. Wir empfehlen daher immer mindestens eines dieser Felder eindeutig zu pflegen. Auch die Importart ist sehr wichtig. Wir können uns aussuchen, ob wir nur vorhandene Artikel aktualisieren möchten, nur neue dazu importieren möchten oder ob wir beides machen. Auch können wir alle Artikel eines bestimmten Lieferanten vor dem Import inaktiv schalten, und nur alle in der CSV-Datei gelisteten Artikel von eben diesem Lieferanten sind dann in der WAVI. Zu guter Letzt ist es auch möglich, alle Artikel vor dem Import inaktiv zu schalten, sodass sich in der WAVI nach dem Import ausschließlich die neu importierten Artikel befinden. Wenn wir den Import dann über den Button unten rechts starten, gibt es die Möglichkeit vor dem Import einen Testlauf zu machen. Das ist sehr empfehlenswert. Beim Testlauf geht die Ameise durch die CSV-Datei und prüft, ob ein Import ohne Fehler möglich wäre. Keine Fehler, also machen wir einen Import. Nun kann es ja gut sein, dass Sie eine CSV-Datei nicht nur einmal, sondern in regelmäßigen Abständen importieren möchten, z.B. Lieferantenlisten. Dafür können Sie die einmal eingerichtete Importvorlage abspeichern. Nach einem Import muss die Ansicht der WAVI aktualisiert werden. Am besten oben kurz auf Kategorien und wieder auf Produkte klicken. Wie wir sehen, wurde in die vorhandene Kategorie neue Artikel dazu importiert. Neue Kategorien wurden angelegt und die entsprechenden Artikel dort eingetragen. Im nächsten Video werden wir uns den Import von Bilddateien etwas genauer anschauen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche viel Erfolg bei der Arbeit mit der JTL Ameise. der ZEGT-Ameise. Der ZEGT-Ameise. Ich bedanke mich für diese Masse. Ich bedanke mich für die Informationen bis zum Beispiel. Ich bedanke mich für die Eltern, sich für die Gilbert-Siy dieiren gibt. Ich bedanke mich für die Kosten und die Leute.